Für mich ist der beste Wahlkampf, wenn ich als Kandidat der Schirrsteiner SPD sagen kann, dass wir in den letzten fünf Jahren im Ortsbeirat eine gute Arbeit geleistet haben. Unsere Aufgabe im Ortsbeirat ist sicherlich nicht einfach. Denn nicht alle im Schirrsteiner Rathaus geborenen Ideen und Wünsche können auch im Wiesbadener Rathaus realisiert werden. Dennoch, der Hans-Römer-Platz mit seinem wunderschönen, vom Ortsbeirat finanzierten Weinstand, die Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Sönleinstraße durch den Bau des Verkehrskreises an der Grohroter Straße und auch die finanzielle Unterstützung der Schirrsteiner Vereine sind nur drei Beispiele dafür, dass der Ortsbeirat etwas bewegt hat. Ich würde meine Arbeit im Ortsbeirat gerne fortsetzen und bitte deshalb um Ihre Stimme. Mit Ihrer Unterstützung, das heißt mit drei Kreuzen für mich auf dem Stimmzettel für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung, könnte ich auch den Sprung im Stadtparlament einschaffen. Sie finden meinen Namen auf der Liste der SPD auf Platz 36. Vielen Dank, liebe Grüße und treffen Sie am Sonntag eine gute Wahl.